hey man roblox.com zu einem neuen video ich bin noch ein bisschen erkältet weil schon gestern wurde ich erkältet wir sind nur drauf hamburg version 2 letzten stream das war die vorgestern nee quatsch sonntag kam kam ja ein stream wie zockt und ding roblox bis das update kommt da kann ja so zwei haus deswegen und wir wurden befördert zum notarzt genau ich habe ich wurde zum notarzt gefördert beziehungsweise wenn wir jetzt oc reden habe ich so viel xp gefahren bis ich notarzt wurde und wir spannen auf die feuerwehrleitung so lange gehen wir als notarzt ich glaube mir fehlen eh nur 100 punkte wache xp aber wir machen ein bisschen mehr wir sind in einem vollen lobby einen vollen server ja das ist okay ich gehe erstmal tranken mal schauen wieso aktuelles ist ob das gut läuft oder schlecht also es sind wirklich nur Feuerwehrleute 6 Leute 1 2 3 4 sind wirklich nur Feuerwehrleute und der eine hock da in seinem Büro und zweiter Notarzt also aktuell ist noch nichts los so lange können wir noch am Handy ok übrigens es haben 43 prozent 57 prozent nicht abonniert heißt abonniert und bleibt das video wenn ihr nichts mehr verpassen wollt abo ist kostenlos so irgendwie sind die besser als ich würde immer was das dann steht ist der lüfter wahrscheinlich nicht so laut ja 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 Okay. Okay. Ah, mal doch was zu tun. Ähm, Hilfe, mein Bus steckt, steckt auf den, wahrscheinlich gleisen, fest und jetzt, ah, okay. Jetzt oder gleich kommt die Bahn Hilfe. Ja. Wie kommen? Ja. 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 Was steht denn da? Das versteht du gut. Du sagst schon Papa. Schau mal so blau, wenn du festst. Du solltest mit Jaga an. 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 Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So? Huh? Oh? 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 Jetzt noch продолжим. Blut ins dich für dich z und auch in der Nähe? Es war doch da, wo er sich in der Nähe war. Ich lass dir jetzt ein guter Fach. Am besten so. So, dann die Qualität. So. Boah, das Beste wäre, wenn du... Ist ganz schnell. Ja, perfekt. Äh, ne. Ja, passt. Zack. Ach, wo fahr ich da mit hin? Warte, bevor es jetzt eben... Wie gelöscht. Das ist für den 16.02. Also morgen. Ich schaue mal bei eins jetzt gleich, welches Fahrzeug wir direkt als erstes haben. Den Sprinter. Ist gut. Weil ich möchte jetzt, weil ich bin ja mit Polen schon komplett durch, ne. natürlich gibt es ein neues Fahrzeug, sondern die in den VW, aber der hat 200 Dings. Das heißt, bringt nichts. Dann haben wir ADAC, das müssen wir noch schauen. Vielleicht mache ich das sogar auf Kamera, weil es ist jetzt nicht so spannend und so allem. Notarzt sind wir fast durch, also wir haben Rettungsdienst durch, Feuerwehr durch, Notarzt nicht durch und Einsatzleiter haben wir gerade freigeschaltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Abo kostenlos. Like ist auch kostenlos. Alles ist kostenlos. Schreibt was gerne Positives oder eure Meinung. Nicht haten. In die Kommentare. Würde mich tierisch freuen. Dann würde ich sagen, haut da rein Leute. 22. 23. 22. 25. 23. 29. 45. 25. 25.